Haben sich Daniela Katzenberger und ihre Schwester Jenny Frankhauser etwa zerstritten? Einiges spricht für dicke Luft zwischen den Schwestern. Jetzt sind sich die beiden sogar auf Instagram entfolgt. Zudem verpasste Daniela ihrer Schwester in einer Fragerunde auf Instagram einen kleinen Seitenhieb. Dort wurde sie von einem Fan gefragt, warum sich ihre Mutter und ihre Schwester darüber aufregen, wenn sie als Mutter von oder Schwester von bezeichnet werden. Zwar nimmt Daniela ihre Mutter und ihre Schwester zum Teil in Schutz, sie scheint aber auch der Meinung zu sein, dass ihre Familie von ihrer Bekanntheit profitiert. Ich glaube, es geht eher darum, dass die keinen Bock haben, nur darauf reduziert zu werden. Aber ich bin ja auch Schwester, Tochter, Cousine, bla bla von. Ich verstehe den Punkt schon irgendwie, aber ganz ehrlich, und ich lass mir da auch nicht die Gursch verbieten, ist ja jetzt nicht so, als ob meine Familie nix davon hätte. Fettes Sorry, aber ist ja so. Zudem betont Daniela, dass sie sich nicht den Mund verbieten lässt.